Fünf weitere Arten von Gamern, einfach schon Part 9. Der Hyper, der mit euch die Zock-Session ausmacht und sich die ganze Woche drauf freut und dann nach 30 Minuten aufhört oder gar nicht erst kommt. Der Superbeschäftigte, der während dem Zocken immer kurz was am Rechner machen muss oder irgendwas anderes parallel macht und deswegen null konzentriert spielt. Der Super Saiyajin, immer wenn er verliert, hörst du nur Der Trinker, der die ganze Session sich ein Bier nach dem anderen ballert und komischerweise mit mehr Alkohol besser trifft. Der Button-Masher kennt man aus Fighting Games, der keine Ahnung hat, was er macht und einfach wild in die Tasten haut und manchmal die brutalsten Kombos raushaut, die keiner blocken kann.